Wenn du nicht mehr weiter, achso, weißt du nicht mehr weiter und brauchst Hilfe, dann halte Alt-Links gedrückt und lass dir die richtige Richtung anzeigen. Alt-Links. Ich find die Bezeichnung immer so komisch. Raus aus dem Gebäude, Fade. Los! Sie sind umstellt! Versuchen Sie nicht, was ihr sagt! Ich doch einfach irgendwo hin. Das Worteam rückt vor, Fade. Such einen Link daraus. Ich hab keine Ahnung, wo es dann geht. Wo soll ich rauskommen? Ich weiß nicht, wann ich rauskomme. Durch die Buchhaltung? Bin ich grad richtig? Alter! Ich hab keine Ahnung, wo es lang geht. Wo soll ich wissen? Warte, Alt-Links. Halt Alt-Links gedrückt. Raus aus dem Gebäude, Fade. Los! Sie sind umstellt! Versuchen Sie nicht, das Gebäude zu verlassen! Bleiben Sie, wo Sie sind! Was soll das? Alter, was soll das? Das gibt's doch nicht. Achso, ich muss doch oben hin. Ja, ich hab schon... So wirklich verloren. Ja, komm, tötet mich. Komm, tötet mich. Alter, wenn ich unterst... Entschuldigung, aber wenn ich unterstresst die Hände, dann bin ich... Okay, okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Das Wort Team rückt vor, Faith. Such einen Weg daraus. Okay, ganz ruhig. Okay, ganz ruhig. Los, los, los! Für die Buchhaltung müsstest du rauskommen. Okay, okay, du schaust das, Fini, du schaust das. Ich verste... Ohne Witz, ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Entschuldige dich, ich musste die Aufnahme kurz unterbrechen. Da nimmt man schon mal extra mit Absicht ein bisschen später abends auf und wird man trotzdem gestört. Unfassbar, jetzt schon das zweite Mal. Okay, Spiel fortsetzen. Also, ich versuch's jetzt noch einmal. Und wenn ich keine Ahnung hab, dann werd ich einfach die Aufnahme unterbrechen müssen. Und, ähm, ja, euch, äh, und dann so lange gucken, äh, so lange probieren, bis ich's endlich geschafft hab. Okay. Also, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Gut. Dann laufen wir hier lang, laufen wir hier lang. Dann laufen wir hier lang. Dann lauf ich mal mit Absicht hier lang. Damit ich mich nicht so schnell erwischen kann. Und dann hier oben. Für die Buchhaltung müsstest du rauskommen. Ey, ohne Witz. Das ist manchmal so dämlich gemacht. Da weiß man nicht, ob das jetzt Fenster ist oder nicht. Ich versteh nicht, warum man die Tür nicht aufkriegt. Ich hab... Also, wir sind in der Buchhaltung da schon richtig. Also... Ich glaub, wir müssen ja nicht einfach da lang, sondern einfach woanders lang. Also... Alter. Oh, der Witz, ne? Ich bin echt müchtig am Rumpur. Oh. Warum müssen die auch so schnell sein, verdammt? Das geht ja gar nicht, ey. Völlig unverantwortlich. Ach. so war's. Nachdem das ein Neck場. Das geht nicht einfach so weit. Ach. 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 What the fuck? Bin ich jetzt richtig? Ich glaube, ich bin nicht richtig. Ey, sorry, ne? Ich hab keine Ahnung. Ja, beweg dich am besten gar nicht mehr. Mann! Okay, wenigstens. Moment. Ja. Achso. Und da hoch. Und da hoch. Ey, das gibt's doch nicht. Los, tötet mich. Tötet mich. Los, tötet mich. Tötet mich. Tötet mich. Dankeschön. Tötet mich. Tötet mich. Ach, ich bin immer... Huch, okay. Ähm. Ja. Ja. Boah, endlich. Endlich. Okay. Okay. Okay, okay. Oh Gott. Das war ein Fehler. Oh nein, ey. Ich verkrank hier wirklich alles. Es tut mir so leid. Okay, 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 okay. Ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Ich schaff's. Ich schaff's. Ich schaff's. Ich schaff's. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann wirklich gar nicht reden, wenn's grad so krass ist, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich schaff's. Ups. Okay, ich glaube, ich muss da oben hin. Ich weiß nicht, wie weit her. Ich weiß nicht, wie weit her. Ich dachte, du standen unter High Voltage. Also unter Verspannung. Okay, dann eben nicht. Haben wir Glück gehabt. Okay. Ich geh jetzt einfach mal aus Prinzip hier hoch. Und leg damit Gold falsch. Scheiße. Oh. Da oben sind welche. Der mal runter. Hier, das ist auch falsch. Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein. Ach, ich muss bestimmt... Hier hoch. Okay. Ah, da wird endlich mal wieder was Rotes. Oh, das gibt's doch nicht. Ey, ohne Witz, ne? Alter, mir geht jetzt schon zu die Düse. Ah. Oh Gott, mein Herz, Alter, mein Herz. Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh Gott, sei Dank. Alter. 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 Diese verdammte Stadt. Wo kanntest du also? Du hast hier in ein Westenmest gestochen. Nimm die Brücke über die Straße und laufe zur Tür ihren Platz. Hier ist City Einigus mit einer Eilmeldung. Der Anwalt und Kandidat für das Bürgermeisteramt, Robert Pope, wurde in seinem Büro am West Arlen Drive tot aufgefunden. Bestätigten Berichten zufolge erlag er den Verletzungen aus einer einzelnen, präzise zugefügten Schusswunde am Kopf. Wir halten Sie über weitere Entwicklungen in diesem Fall auf dem Laufenden. Alter, ohne Witz, ne? Oh, mein Herz. Ich habe hier Streifenwagen auf dem Weg zu dir. Du hast nicht mehr viel Zeit. Feel the passion. Wie kommt man... Oh, ich musste Wall Run machen. Ups. Upsala. Das ist mir leider zu spät eingefallen. Hier ist City Einigus mit einer Eilmeldung. Der Anwalt und Kandidat für das Bürgermeisteramt... Oh, und durch die Tür. Boah, aber ganz ehrlich, das war gerade echt Atomliegen. Ich habe hier Streifenwagen auf dem Weg zu dir. Du hast nicht mehr Zeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einfach laufen, einfach laufen, einfach laufen. Hier kann niemand was antun. Hier kann niemand was antun. Sie versuchen, sich einzukesseln. Schlag dich zur Glaserlösung. Oh. Ups. Wer hat nicht Land wieder? Ja, natürlich im Fahrstuhl. Ähm. Ja, es ist immer so blöd, wenn man nicht weiß, wo man jetzt genau hin muss. Ähm, ich glaube, ich muss öfters Eil drücken, um zu gucken, wo es lang geht. Oh. Das war der Fallschluss. Knopf. Okay, und noch einmal. Durch die Tür. Oh. Das wäre jetzt nicht mehr so glücklich. Ich habe hier Streifenwagen auf dem Weg zu dir. Du hast nicht mehr Zeit.